Jeder Mensch nutzt im täglichen Leben den Komfort von Produkten aus Kunststoff. Lebensmittelverpackungen, Unterhaltungsindustrie, Logistik und Verkehr. Kein Umfeld kommt ohne die modernen Produkte aus Kunststoff aus. Die Icon GmbH in Weißkirchen hat sich als Vorzeigebetrieb in diesem Segment etabliert. Die Firma Icon stellt weltweit führend Unterwassergranulierung und andere Granulierungssysteme für die Kunststoffherstellung her. Kunststoffbauteile werden in der Regel aus Granulat hergestellt und dieses Granulat wird auf unseren Maschinen erzeugt. Dazu haben wir eine besondere Technologie entwickelt, die mittlerweile weltweit führend ist. Wir sind Technologieführer, wir liefern in über 40 Ländern der Erde unsere Maschinen und haben hier von der Hauptniederlassung in Weißkirchen unsere Wege in die internationale Welt gefunden. Alle Stationen laden zum spannenden Mitmachen ein, um Gelegenheit, Technik und Forschung hautnah zu erleben. Mir ist natürlich die Firma Icon in der Gemeinde Weißkirchen bekannt gewesen. Heute habe ich aber wirklich erfahren, was die Firma Icon wirklich herstellt und was für mich auch ganz neu war, dass sie Weltmarktführer ist im Bereich der Unterwassergranulation. Also man kann nur stolz sein, wenn man in der Gemeinde solche Firmen hat. Icon GmbH hat zum ersten Mal dieses Jahr lang nach der Forschung teilgenommen mit sehr großem Erfolg. Wir hatten viele Gäste, wir sind quasi überlaufen worden von den Besuchern, die sich für unsere Technologien, für unsere Forschung interessiert haben und wir werden sicher beim nächsten Mal wieder dabei sein.